Na, ich bin gar nicht da. Ein paar Blümchen. Für die Ehefrau, naja. Wir haben ja leider keine, wir sind ganz einsam. Deswegen musste das Reh leiden. Kann ich hierbei wenigstens auch speichern. Hauptsache überleben. Das kommt wahrscheinlich jetzt noch dazu, das will nicht überleben. Ah, unser toller, toller Rockholder. So, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Wo wir das letzte Mal das ganze Gedöns gefunden haben. Aber egal, dafür haben wir wieder andere Sachen gesehen, die ich mal ausprobieren wollte und zeigen wollte. Nichts Spektakuläres, aber naja. Und die roten Pflanzen oder die roten Blätter, die Blumen da, Gedöns. Kann man bestimmt auch noch bald pflanzen oder einsammeln, wollte ich sagen. Letztens sind wir aber auch, glaube ich, in eine andere Richtung gegangen. Aber Kochtöpfe und Atemschutzgerät soll es ja auch verteilt auf der Insel geben. Von daher. Hört sich immer an, so wie einer hier rumschleimt. Ein Muschiklaus. Tja, warum heißt der wohl so? Der kann ja ein bisschen feucht sein, ein bisschen rumschlürfen. Naja. Hüpp. Hüpp. Ich frage mich, ob wir auch schon immer alles entdeckt haben. Ich weiß nicht. Ha. Eines Tages haben wir hier mal ein bisschen rumgeirrt. Unter anderem hier war das, glaube ich. Aber jetzt haben wir zum Glück alles schön markiert. Blöde Pilze. Jetzt nur noch Champignons. Der Rest ist mir zu unsicher. Mann, ist das heute nebelig, du. Eine richtige Suppe, du. Sind wir hier in Brummhaufen, du, gelandet? Ach, hier sind wir ja. Da, wo die fliegenden Tische fliegen. The land of the flying tables. Ich wollte gerade sagen, Falling Skies. Aber es ist gar nicht so abwegig. Ist ne Serie, wenn die einer von euch kennt. Hab ich mal geguckt. Besuch haben wir da. Ja. Nein. Tschüss. Oh. Nein. Noch mehr Besuch. Komm, jetzt zeig ich mal, wie das geht. Gucken, ob wir sterben. Nein. Er soll alle, er soll auch alle anbrennen. Oh. Ja, irgendwas ist in die Falle gelaufen. Ja. Keine Rüstung mehr. Scheiße. Oh, nee. Ja, blödes Eichhündchen. Es piepst du hier rum. Ich geh hier rauf. Tschüss. Kommt, ihr Schweine. Wirklich Molotows. Hängt die da hinten? Hm. Ich muss sie mal anlocken oder so. Nein, das hindern wir zur Not. Den in der Hand hier, meine ich. Dann muss ich hier schnell wieder rauf. Hallo. Soll mich, soll mich ja auch ein bisschen sehen hier. So. Wirklich. Wichser. Die können ja auch klettern, habe ich vergessen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Ja, ihr beide. Brennt schön. wer will noch mal, wer hat noch nicht na man kann sich schon wehren mit Feuer sowieso immer am besten gerade jetzt wo es sehr auf die Ausdauer geht und die schlagen die Rüstung echt schnell kaputt und dann hat man noch Ersatz fünf Stück und dann kann man sich wieder ausrüsten, aber wenn dann wieder neue kommen, man braucht ja man muss echt, weiß ich nicht, Lurche produzieren oder Lurchhaut ich weiß auch nicht so, wie ist die Luft? Ist die rein oder nicht? nicht so Irgendjemand hat mich gesichtet ich speichere hier trotzdem mal da hinten läuft eine Randale Randale! haben wir unseren Bogen hier noch? ja, aber haben wir auch noch ein paar Pfeile? nee aber ist eh für'n Arsch da läuft einer rum schön, aber weit worauf du ja, brennt und er ist da reingelaufen hihihihi ah, doch nicht hier du Eumel was ist hier gerade durchs Bild gelaufen? juhu, der brennt oder die, das so, kein Boost mehr Boost ist alle na gut na gut das war doch mal lustige Action bis jetzt springt zwar auch ein bisschen runter aber hier fährt man nicht so wahnsinnig wieder aufstellen guck mal, eine richtige Waschbärenfamilie für die ganzen Toten vielleicht? was habt ihr denn so alles gedroppt aus der Szene? da war eben ne Dose ne Fanta oder was? ne Pepsi Cola whatever, es gibt genug fliegende Tische greifen an leere Fallen auch Matsch brauchen wir so, das sah so aus als wenn die da drin hängt aber die hängt da auch drin, oder? wird's die Karussell? oh ne, das backt wieder rum was heißt hier wieder? ich hab das schon mal irgendwo gesehen habt ihr Hunger, oder was? warum sind hier so viele Waschbären? aber es ist echt niedlich mit den ganzen Geräuschen und die packt da echt rum kann ich sie anzünden? kann ich sie anzünden? ha 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 hä? ich hab die doch verbrannt hab ich den Bug jetzt entfernt? kann ich sie wieder aufstellen komischer Bug, du komischer Bug, du ich würde sagen, nimm meinen Fang mal mit aber es packt immer noch irgendwie rum ist sie da immer noch drin und ich hab die trotzdem ich weiß nicht immer das brennende Gras hier, du wer hat das Gras weggebrannt? der Prophet na komm mal hierher zünder auch ein Feuer an das ist ein bisschen verwirrend ah die strecken mir den Arm raus Bis heute aber ganz schön kopflos. Kopf rollt da erstmal rein, naja. So, mal eben gleich was essen, dann nochmal eben speichern und dann ziehen wir mal von dannen. Kopf kann ich nicht tragen, naja. Essen. So, mal das nochmal ran und speichern nochmal.